Über den Autor Rainer Tauferz-Höfer auf www.forschungsseminare.de Seit über 23 Jahren stehe ich im Fokus der Pharmaindustrie, die meine Botschaften und Ansätze in Frage stellt. In den vergangenen zehn Jahren haben sich diese Angriffe so intensiviert, dass sie existenzbedrohend wurden. Verschiedene Institutionen, darunter die deutsche Leitmedienlandschaft, Abmahnvereine und bundesdeutsche Behörden, wurden instrumentalisiert, um meine berufliche Existenz zu untergraben. In Anbetracht dieser Situation erweiterte ich meinen Tätigkeitsbereich um den medizinjournalistischen Bereich. Dies ermöglichte mir, unter dem Schutz des Journalismus weiterhin Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Eine Tätigkeit, die mir als Therapeut aufgrund der Gesetzeslage in Deutschland zunehmend erschwert wurde. Mit einer 23-jährigen Expertise im Bereich alternativer Krebstherapien, einschließlich einer bedeutenden Rolle beim Aufbau und der Etablierung der Dr. Ingeborg-Gebert-Heiß-Stiftung ab dem Jahr 2000, biete ich Ihnen tiefe Einblicke in die Welt der alternativen Krebstherapie und gesunden Lebensführung. Diese renommierte Stiftung hat sich der Förderung von alternativen Therapiekonzepten für Krebstherapien und der Öffentlichkeitsarbeit in diesem Bereich verschrieben und stand unter hochkarätiger personeller Leitung. Ich lade Sie herzlich dazu ein, sich durch meine umfangreiche Sammlung von Fachartikeln zu lesen, von denen ich 99% der Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung stelle. Sie bieten fundierte Einblicke und detaillierte Analysen, die auf meiner langjährigen Expertise in therapeutischer Arbeit, Forschung und Entwicklung sowie im medizinjournalistischen Bereich beruhen. Freie Meinungsbildung in Gesundheitsfragen und Spiritualität liegt mir sehr am Herzen. Auf meinen Online-Seiten und Telegram-Kanälen finden Sie mehr Informationen zu meinen entwickelten Therapie-Gesamtkonzepten, Fachseminaren und Informationsgesprächen. Ich biete zudem jedem Interessierten die Möglichkeit eines persönlichen Treffens mit mir. Diese Treffen bieten uns die Gelegenheit, Ihre wichtigsten Fragen ausführlich zu besprechen und Ihnen die bestmögliche Unterstützung und Beratung zukommen zu lassen. In meiner Arbeit und auf diesen Plattformen behandle ich die vielfältigen Aspekte der alternativen Krebstherapie und gesunden Lebensführung, indem ich grundlegende Informationen und aktuelle Forschungsergebnisse teile. Darüber hinaus finden Sie dort Ausführungen, wie ich diese Konzepte in meiner eigenen Arbeit umsetze. Als Medizinjournalist liegt es mir am Herzen, die Komplexität der medizinischen Forschung in einer für jedermann verständlichen Weise zu erklären. Ich bemühe mich, Wissen zu teilen, das den Menschen dabei hilft, informierte Entscheidungen über ihre Gesundheit zu treffen. Ich freue mich darauf, Sie auf diesem Weg zu begleiten und Ihnen dabei zu helfen, die Kontrolle über Ihre Gesundheit zu übernehmen und ein erfüllteres, gesünderes Leben zu führen. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Rainer Tauferzhöfer Ich freue mich, Wissen zu übernehmen und ein paar Jahre zu übernehmen und ein paar Jahre zu übernehmen. Vielen Dank.